Hallo meine Freunde und schönes wieder am Start zu einer weiteren Folge Eurotraxenmonator 2. Ja, wir sind gerade wieder auf der Euromap, lange nicht mehr gespielt. Und eigentlich hatten wir ja schon gehofft, dass wir die 1,48 für den Eurotraxenmonator haben. Vielleicht haben sie ja schon, in dem Fall, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, das ist nämlich der 25. Es kann aber sein, dass wir diese Woche das bekommen oder vielleicht schon haben. Ja, aber wie gesagt, wir nutzen die Zeit, um jetzt einige Videos noch zu machen mit Modmaps. Ja, weil wenn ich jetzt einfach mal hier auf das Symbol gehe, kann ich hier schon draufdrücken, aber da passiert nichts. Ja, das wird auf jeden Fall ein schönes Feature, gerade wenn wir suchen, um den letzten Prozentsatz einer Karte abzufahren. Jetzt werden wir es auf jeden Fall ein bisschen weiter herausfinden können. Wir sind unterwegs mit den neuen, ja, Volvo. Vielleicht werden wir diesen ja noch diesen Truck hier kriegen. Aber wir haben auf jeden Fall einen schönen Mod. Das muss man wirklich sagen. Die Katze ist auch glücklich und zufrieden. Ach ja, ich muss ja sagen, ich habe jetzt die letzten Tage schon Videos vorbereitet für mein Urlaub. Ja, das kann durchaus sein, dass wir dann die Woche die 1,48 kommen. Vielleicht ist es ja auch in der Zeit, wo ich Urlaub habe. Ah, dann ist das halt so, ne? So, aber guck mal, wo bin ich denn jetzt? Na, wo bin ich? Der eine oder andere hat es bestimmt schon gemütlich gekriegt, wo ich jetzt bin. Euromap, wirklich eine sehr, sehr schöne Map. Ich hatte aber jetzt die letzte Zeit immer so ein bisschen zu tun. Und hat das so ein bisschen aus dem Fokus verloren, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, mal gucken, habe ich hier noch irgendwo einen Wegpunkt gesetzt? Das kann doch ja sein. Habe ich hier noch einen Wegpunkt gesetzt? Ach, hier oben ist ein Wegpunkt. Ach, jetzt seht ihr, wo ich bin. Naja, ich wollte es für euch einfach machen. Ich wollte es für euch einfach machen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie Absturz. Wir haben 195 Kilometer. Ja, heute ist Dienstag, wenn ihr dieses hier seht. Und Dienstag ist ja auch immer so eine Sache. Da muss ich lange arbeiten. Und dann kommt irgendwie, ja, komischerweise immer irgendwelche News raus. Naja, so ist es halt, ne? Aber erst mal trinken wir schön Käffchen. Hier am Sonntag erst mal eine schöne Tour absolvieren. Ach, jetzt muss ich das machen. Ich habe eigentlich eine ganze Weile hier hin und her getestet. Ich habe ein paar KI-Sachen rausgemacht. LKW-KI von Chelsea-Cat und Auto-KI von Chelsea-Cat. Und dann kann es so sein, dass es dadurch ein bisschen besser läuft. Die Busse habe ich noch drin gelassen. Dann müssen wir mal schauen. Wenn das schmiert, muss ich auch noch aufmachen. Weil wir müssen eh abfahren. Und wir werden uns heute mal ein bisschen bemühen, dass wir uns nicht wieder ins Abseits schießen. Das letzte Mal habe ich mich ja irgendwie, guck, immer irgendwie verfahren. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Aber guckt euch das an hier. Das ist so, hier, dieser Spielplatz, ne? Spielplatz, diese Tankstelle. Ach, herrlich. Wirklich sehr, sehr schön. Ach so, Tandem-Trucks habe ich hier noch drin, ne? Und rum und außen fährt die Feuerwehr. Also, war wirklich sehr entspannt. Ich habe jetzt, äh... Ach, nee. Ich sage noch, ich will mich nicht verfahren. Und was mache ich? Ich verfahre mich. Ach, naja, ich wollte hier diesen Weg abfahren. Das war mein... So, hier. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist ein Abschlepper. Jetzt hier ankommen... Eieieieieieie. Oh, das sieht ja spannend aus hier, ne? Die Zeit ist auch am Start. Langsam fahren. Ah. Gut. Wir wollten die Karte ja. Wir haben hier auf der Karte 95%. Und da merkt man hier, hm... Ja... Ja... Busse haben auf jeden Fall ein Problem damit. Haben wahrscheinlich nicht so richtig rum. Ja, ab und zu Grüße gehen erstmal raus an die, äh... Mädels... Mapp hier bauen. Sehen das natürlich auch. Ja, das ein oder andere Mal gucken. Stimmt das, äh... Ups... Video an. Und wenn dann halt sowas auffällt. Weil nicht alles kann man ja immer ab... Bilden und gucken. Man testet das selber. Und dann merkt man so, uh... Bei mir passt es. Warum passt es jetzt bei Maximus? Ja, weil ich hier wahrscheinlich immer wieder irgendwelche... ...Mods zu sich drin habe. Sind aber gar nicht so viel. Das ist 86. Naja... 80 schon. Ja, aber ihr könnt... Für die gute Arbeit... Der Euromapper... Könnt ihr jetzt einfach mal ein Däumchen da lassen. Ich weiß, sie wird anders genannt. Aber ich sag einfach Euromap. Ist für mich einfacher auszusprechen. Zungenbrecher, damit komme ich nicht so klar. Aber was ich auch schön finde, dass hier immer wieder... ...neen kleinen Sachen hier im Spiel mit integriert sind. Ja, das finde ich immer wieder schön spannend. Ah, hier ist zum Beispiel Zeich. Eigentlich über die Farm mal. Ah, ich dachte, hier ist eine Baustelle. Naja. Mich. Freue dich mal. Komm. Zieh. Ja, jetzt. Weil du hier wieder so einen Knusperkopf vor dir hast. Kannst du nicht machen. Achso, hier geht kein Handy, ne? Warte. Nein, das ist nicht. Das Baustelle. Man muss schon ein bisschen vorausschauend fahren, ne? Das ist ja immer so eine Sache mit mir. Vorausschauend fahren. Ach, schön. Also. Nochmal so zum Mitschreiben. Das kann natürlich sein, wenn ich jetzt die nächsten Tage... Also nächste Woche bin ich ja in Urlaub. Äh, auf URM. Die Videos, die ich dann gemacht habe, die sind dann alle noch 1,47. Ich werde jetzt nicht gerade ich dann noch warten. Äh, irgendwo am Haken dran machen. Das schaffe ich das nicht. Ja. Habe ich alle, wie gesagt, vorproduziert. Dass wir da noch ein bisschen Abwechslung haben. Ich bin aber auch schon am überlegen, hm. Dass ich den Mittwoch, wenn ich da... Da will ich... Wenn nichts Besonderes an Simulationsspiele oder etc. rauskomme, eigentlich... Da auch mal anderes Simulationsspiel. Ob nun... Zug fahren ist, Flugzeug fliegen. Man kommt vielleicht mal ein Schiffspiel. Oder halt... Flugzeug unterwegs sein. Da will ich vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren. Ist sowieso jetzt Sommerloch. Das kann man eh vergessen. Wie lange wie... Keine neue Version von Eurotaxmonat oder da ist. Dann ist es hier alles so ein bisschen... Äh... Verhalten. Sehe ich aber auch nicht mehr. Ach. Zu drehen. Ist halt, ne? Zehn Jahre alt der Eurotaxmonat. Zieh da immer noch durch. Krass. Ah hier, mit der Windmühle. So schön. Herrlich. Wir cruisen hier einfach so auf der Autobahn entlang. Schönen neuen Volvo. Herrlich. Doch traumhaft. Könnten wir ja eigentlich in der Urlaubszeit mal vom Brocken hier wieder fahren. Das wäre doch mal... So, wo hier? Brocken runter. Na ja, mal schauen. Gucken wir mal, ob wir das machen. Ein riesiges Gipsgelände. Leute. Wir fahren nämlich jetzt Richtung Heimkopf. Noch einiges noch nicht abgefahren. Aber das kann man... Machen wir alles noch. Och, Mietekatze ist müde. Ach, wie niedlich. Wollen wir mal jetzt schauen nach hinten. Zettel. Ne. Ich wäre jetzt... Man muss ja mal ein bisschen vorgucken. Dank, ne. Wir fahren richtig. Wir haben nur einen kleinen... Ne, daher macht's mal anfangen. Blüm, ne, dass ich... Ich verfahre und wenn ich mal... Später verfahre ich mich. Ja, man ist dann irgendwo mit seinen Gedanken ganz woanders, wenn die... Ah, mit... Findest du. Ja. Aber ist... Na ja. Kommen sie mal. Los, wohl was. Fahren die so langsam. Die tanken. Ach, 570 Kilometer. Das ist unten... Ähm, rechts ist das. Ja, muss man erstmal hier noch hingucken. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse... Man kann durchaus sagen, der... Ich weiß immer noch... Mein Scania, das Favorite-Fahrzeug... Auch wenn der neue MAN da ist. Der MAN kommt aber dann schon... Äh, dicht danach. Dann kann bei mir wahrscheinlich der Mercedes kommen. Ja. Und... Dann... Eventuell der Volvo. Das ist in... Meiner Konstellation. Aber im Grunde genommen fahre ich mit alle sehr gerne. Auch wenn der S-Way irgendwann mal kommen würde. Von... Vigo. Dann wäre es... Konstellation. 80 kmh schon ganz schön. Wann, ne? Aber jetzt müssen wir... Warten, was haben wir denn? 25 Kilometer. Doch, schön. Ey, müssen wir nicht übertreiben. Treckenlängen. Kann man alles haben. Trecken mal. Einparken nur. Nochmal. Lassen wir einfach mal rollen. Ich weiß nicht, ob das ein LKW-Fahrer macht. Einfach so ein Rollen lassen. So zu sparen. War jetzt ganz schön eng gewesen. Ah ja, doch. Das machen wir. Dann kommt nächste Woche nochmal eine Folge, wo wir vielleicht hier auf dem Brocken unterwegs sind. Ich habe auch voll Bock drauf. Oh, die bremsen ja. Äh, was ist denn hier los? Hä? Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, ist hier eine unsichtbare Mauer? Nee. Aber ich bin irgendwie an den Leitpfosten hier hängen geblieben, wa? Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ich bin nicht so nah und dran, ne? Habe ich mich da so getäuscht? Ey, jetzt nicht euer Ernst. Die haben jetzt nicht die Straße gesperrt. Die haben jetzt wirklich nicht die Straße gesperrt. Ey. Habe ich hier diese Dinger hier drinnen? Diese... Ja, Straßenereignisse? Äh, okay. Dann fahre ich einfach die Autobahn noch ein Stück weiter. Meint ja nicht, halt so weit zu sein hier. Geht da. Ah ja. Dann ist das so. Na, so fahren wir wenigstens das Autobahnkreuz noch ein bisschen ab. Denken wir mal, dass es halt... Pass auf, wir kommen auf die andere Seite an. Ist die Straße gesperrt. Ach ja, verdammt nochmal. Wir haben hier auch nochmal einen Unfall. Ah, hier alles mit Graffiti vollgemalt. Die Jugend. Aber ich finde es eigentlich... Wenn man hier ein bisschen... mehr Zeit hat, ja? Zu gestresst ist. Fährt man hier doch... deutlich... vorsichtiger. Aber man lässt sich nicht... mitziehen. Oh, was ist denn das für eine Straße hier? Uiuiuiuiui. Das ist schon ein schöner LKW, ne? Hat zwar nicht viel geändert, aber... Passt schon. Alles... Nein, nein. Danke mal. So, jetzt mal ein Käffchen trinken. Verpasse ich das alles noch? Herrlich. Auf dem Brocken, da habe ich jetzt auch wieder Lust... meine Runde zu drehen. Machen wir auch gleich mit dem Volvo hier. Den haben wir schon zu selten gesehen. Eigentlich, ne? Ist ja dieses Jahr... vielleicht sogar noch ein Release für den Truck hier. Aber da haben wir ja... sehr, sehr viele LKWs, ne? Oh, hier gab es auch nochmal einen Unfall. So, gleich haben wir es geschafft. Wir sind am Ziel. Ohne große... Naja... So viel ist jetzt nicht passiert. Mal kurz hängen geblieben. Keine... Weggefahren. Aber wir haben auf jeden Fall einen schönen Trailer. Das ist definitiv... Sehr, sehr schöner Trailer. In Cchenka unterwegs. Deutsche Bahn, wenn sie es auf der Bahn nicht schaffen würden. Die Bahnweiten. Viel Fracht mit dem LKW. Und auf jeden Fall sehr interessant, wie Bahn sich in den nächsten Jahren... das schaffen... ihre Ambitionen... durchzusetzen. der Ausbau... der Güterverkehr. Ob das alles so... wirklich funktioniert. Auch wenn wir mal eine Mammutaufgabe. Aber... wie gesagt... die Option, die sie mal hatten... auf den Autobahnen... Strom... zu machen... Ich glaube... das Ding ist doch auch schon wieder... ab Akta gelegt worden, ne? Testen sie noch gar nicht mehr groß. Oder? Wenn ihr quatschern... sollen sie das Geld lieber... in... Bahn... investieren... und da weiter... Trassen... Ausbau... wo man das auf die... Straße macht. Also... man hat ja mal was gehört... das ist auch schon jetzt... ein Jahr... anderthalb... vielleicht sogar zwei Jahre... der Zeit vergeht ja so schnell. Ich gehe da mehr davon. Gucken wir mal... was für eine Entladestelle ist es? Wenn das eine schöne Entladestelle ist... dann... laden wir selber ab. das Einer ist... die wir schon so kennen. Oh! Der ist mutig. Mal sehen, wie der hier rumgezogen ist. So. Das ist auch neu, ne? Ach so. Wie bietet der uns hier? das mal. In, in. Boah. So will ich... müsste denn so fahren? Doch so rum. Ich habe die Scheibe gar nicht unten. Erkennst du gar nichts dir? hier mit dem Spiel... Oh ja... Der Bremsdruck... auch schon wieder im Keller. Naja... Ich will jetzt nicht rausfahren. Und jetzt... jetzt geht es besser hier. Boah. 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 Das läuft doch. Ah, das ist schon wieder zu lang, weil wir jetzt... fahren, ne? Naja... Ah, ich bin auch ein Ei. Da habe ich wirklich... Oh! Naja, wirklich. Maximus, du kannst das nicht. Du kannst das einfach nicht. Ne, da, 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 da... da habe ich schon wieder... Parken wir so ein Ding. Aber ich... Ich ziehe trotzdem durch. Ja, mit dem Spiel ist es auch wirklich sehr, sehr schwer... irgendwas richtig zu erkennen, ne? Bei ruhiger Sagen. So. Scheibe hoch. Die Bize-Katz ist glücklich. Wir stehen hier. Gut, dann machen wir den Motor aus... und geben die Fracht ab. Zack, zack. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Hier auf der Euromap. So. Wir haben ein paar Kilometer runtergerissen. Ich denke mal, nächste Woche haben wir dann noch mal ein Video bockenbringt. Denke ich. Also, lasst ein Däumchen da. Ihr seid die Besten. Und mal schauen, was die nächsten Tage kommen von SDS. Vielleicht haben wir ja ein Neues Update, ne? Bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.